Rote Karte Al-Wazir, stopp den Bahn sonst weg mit dir! Rote Karte Al-Wazir, stopp den Bahn sonst weg mit dir! Ihren lautstarken Protest brachten am heutigen Samstag rund 300 Windkraftgegner gegen den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in Stellung. Sie hatten sich unterhalb des neuen Windparks Hallo in Freiensteinau im Vogelsberg versammelt, dessen Eröffnung heute gefeiert wurde. Was stört Sie?